Er hat auch Boro jetzt vielleicht so ein paar Bain-Linge in den Weg borroren und dann im Idealfall kriegt er die Sentries, das wäre schön, das wäre richtig schön, auf jeden Fall tut er natürlich gut daran, viele Linge zu produzieren, oh, 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 jetzt bitte, 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 explodiere, wuuuuh, da gehen die Sentries alle down, richtig gut für Tilo und das kann hier der Winning-Move gewesen sein, da kriegt er alle Sentries down und Skiddle weiß überhaupt nicht, wie ihm passiert, schnell noch den Mass-Recoil, aber die Säle zerbeinen, Alles ist verloren und Tilo, das war so unglaublich wichtig, im Supply jetzt doppelt so hoch und der droht natürlich jetzt auf, der hat die vierte Basis und der versucht da nochmal reinzukommen mit den Linken